13 Tipps für den Start, die euer Leben in Star Wars Outlaws auf jeden Fall verbessern werden. Bleibt dafür auf jeden Fall dran. Liebe Leute, ich bin Fragnath, herzlich willkommen und hier dreht sich alles rund um Open World Games, wie zum Beispiel Star Wars Outlaws. Und ich habe es jetzt schon ein paar Stunden zocken können und gebe euch heute deswegen ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ihr mehr aus eurem Game rausholen könnt, wie ihr schneller durchkommt, vielleicht besser. Ja, das Spiel ist nicht allzu schwierig, aber ein bisschen was habe ich dann doch gefunden. Tipp Nummer 1, Stealth ist absolut King. Ergibt sich irgendwie von selbst, es ist natürlich ein Spiel von Ubisoft, die auch Assassin's Creed gemacht haben. Und Stealth, muss man sagen, ist einfach enorm wichtig. Oftmals würdest du in einem offenen Konflikt sterben und das hatte ich schon so einige Male. Offener Konflikt kann schnell schlecht für dich ausgehen, deswegen klare Empfehlung hier wirklich auch auf Stealth zu setzen. Immer mal zu gucken, was gibt es doch für Optionen, wie kann ich mich irgendwie verstecken oder einen Gegner unbemerkt ausschalten. Gerade die Zusammenarbeit mit Nix, er lenkt ab und du machst dann den normalen Nahkampf-Takedown oder der Schlafdart, ja so heißt er glaube ich, der ist auch wirklich Gold wert, hat allerdings einen Timer, sollte man einplanen. Tipp Nummer 2, die Syndikate. Sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen, ist eins der Key Elemente von Star Wars Outlaws. Hier haben wir, ihr seht es, ich bin bei zwei Syndikaten ausgezeichnet, dafür aber bei Crimson Don't Schrecklich und die jagen mich. Die schicken wirklich Jagd-Trupps auf mich los, das ist die Folge, wenn du da einen schlechten Ruf hast. Nicht so optimal, aber dafür kriege ich bei den anderen richtig krasse Boni. Zum Beispiel kriege ich bessere Preise bei den Händlern und ja außerdem gibt es dann auch nochmal ein Ausrüstungsstück durch den Ruf. Selbiges hier zum Beispiel auch, ihr seht es, hier sind dann so Kisten, die man quasi freischaltet und so sollte man vielleicht überlegen, ja vielleicht einmal jeden Ruf nach oben zu ballern. Oftmals hat das ja eine Entscheidung dann eben zur Folge, dass die anderen einen dann auch weniger cool finden. Da muss man sich überlegen, geht man auf einen, geht man auf alle. Ist ein wichtiges System, gibt ja auch jede Menge Quests, die man eben dafür machen kann und hier seht ihr es, da sind auch Belohnungen auf jeden Fall verfügbar und die gibt es dann an Bord der Bahnbrecher. A.K.A. der Trailblazer und fürs Rufmaximum gibt es dann hier sogar ein Ausrüstungsset, was natürlich auch echt cool ist hier. Imperiale Verkleidung bei Pike finde ich persönlich sehr interessant, also ich mag ja diese imperiale Ästhetik sehr, sehr gerne und das macht ihr natürlich dann hier über die Aufträge, da könnt ihr dann euren Ruf hier bei den Pikes zum Beispiel nochmal erhöhen. Ich habe hier noch einen Auftrag offen, den könnte ich auch nochmal machen. Tipp Nummer 3, NYX ist wichtig. Ja, NYX ist auf jeden Fall extrem wichtig, nicht nur als AOE-Scan, ihr seht, NYX kann die Gegend scannen, NYX kann natürlich auch benutzt werden, um irgendwelche Aufgaben zu erledigen, wie zum Beispiel irgendwo hingehen, Gegner abzulenken, geheime Schächte zu öffnen, also da ist NYX wirklich extrem wichtig. Klare Empfehlung, immer wenn du irgendwie nicht weißt, wie es weitergeht, dann ist es im Zweifelsfall NYX zu tun. Ja, also immer im Hinterkopf behalten, NYX ist einfach unglaublich wichtig. Tipp Nummer 4, das Wanted-System. Ihr seht, ich wurde gesucht von Todestrupplern und ihr könnt das auf jeden Fall so ein bisschen umgehen, indem ihr imperiale Bases dann manipuliert, dann werdet ihr nicht mehr gesucht, aber kommt es quasi zu diesem absoluten Ultimum von gesucht, dann könnt ihr das quasi beenden, indem ihr hier ein Offizier bestehlt, die Schlüsselkarte bekommt und das Ganze hier dann in diesem letzten Zelt benutzt, wo ihr euch vielleicht noch reinkämpfen müsst, könnte knackig werden. Ja, ihr sollt auf jeden Fall nicht im Kampf sein, wenn ihr diese Karte dann benutzt. Ja, und dann seht ihr es, Suche abgebrochen, so zackig geht es dann doch. Also einfach zu diesem Punkt, der dann wirklich unübersehbar aufploppt. Generell ploppt alles auf in Star Wars Outlaws, was man irgendwie bedenken muss. Auch bedenken muss man, ja, dass es Sets gibt, es gibt Item-Sets in diesem Game. Die sind jetzt nicht game-changing wichtig, aber können so einen kleinen Hint geben, in welche Richtung du gehst. Also es gibt einmal Talismanisch, halt ist da auch mehr Slots frei. Aber es gibt hier halt auch eben Items. Die ersten Items haben halt nichts. Dann gibt es so einzigartige Stats mäßig, so ein bisschen auch ein paar Cosmetics, die du halt überall draufpacken kannst. Und dann halt die ersten Sets so auf der zweiten Welt, würde ich sagen. Ja, da auf jeden Fall mal die Händler abchecken. Hier zum Beispiel das Überlebenskünstlerset, da kannst du dann halt bei verschiedenen Händlern dir das zusammenkaufen. Kostet natürlich eine gute Mark auf jeden Fall. Aber dafür hast du dann hier zum Beispiel was richtig cooles bei erlittenem Schaden. Wird die Gesundheitsregeneration nicht mehr abgebrochen, sehr nice. Und dann eben als Set-Bonus, komplett gelehrte Gesundheitssegmente können sich trotzdem regenerieren. Echt crazy. Und ja, auf Tatooine passt diese Ästhetik natürlich auch echt perfekt, würde ich mal sagen. Also so wäre ich zumindest nicht gerne auf Tatooine unterwegs. Tipp Nummer 5, es gibt immer mehrere Wege. Ja, manchmal ist der offensichtliche Weg durch die Mitte halt ein schmerzhafter Weg. Aber dann gibt es halt immer mal so einen alternativen Weg oder eine alternative Lösung. Zum Beispiel durch irgendeinen Luftschach. Das ist super oft der Fall. Und dann gibt es halt diese Möglichkeit, woanders lang zu gehen. Das ist ein großer Vorteil oftmals. Und deswegen immer mal umgucken, was gibt es noch für Optionen als einfach durch die Mitte. Meistens gibt es dann sogar noch mal zwei verschiedene Möglichkeiten, irgendwo reinzukommen. Gerade in so eine Open-World-Basis. Also jetzt nicht die Story-Mission. Aber das ist schon echt gut zu wissen. Tipp Nummer 7, nicht alle Leute sind wachen. Ja, also selbst wenn ihr in so einem verdächtigen Bereich seid, wie jetzt hier zum Beispiel im Crimson Dawn-Viertel, dann kann es durchaus mal vorkommen, dass da Zivilisten zum Beispiel als Koch beschäftigt sind. Und die interessiert es dann nicht so wirklich, was du da machst. Das heißt, die musst du auch nicht irgendwie ausschalten und groß um die rum spielen, sondern ja, dann bist du halt da. Also wirklich die Wachen im Hinterkopf behalten. Die sind hier der relevante Faktor. Das kann einem wirklich viel Hirnschmalz erleichtern, wenn man einfach viel entspannter an so eine Sache rangehen kann oder sich nur mit den Wachen beschäftigt und nichts die ablenken lässt und drumherum geht oder einen Takedown probiert. Da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten. Beim Stealth-Gameplay habt ihr ja wahrscheinlich eh schon von Anfang an gelernt. Das Spiel nimmt einen ja wirklich erstmal an die Hand und hat ja wirklich erstmal anderthalb Stunden komplett Tutorial. Tipp Nummer 8, es gibt jede Menge Waffen, aber du selbst hast halt nur eine. Du kannst ja jederzeit on the fly solche Waffen hier aufnehmen. Blaster-Gewehre, Granatwerfer, Shotguns, Sniper, da gibt es ja verschiedenste Waffen. Die haben aber eine begrenzte Munition, während deine normale Waffe, der Blaster, halt eben limitiert ist auf drei Arten. Also das ist ja einmal das normale Modul, das Explosive und das mit Strom. Und zwischen denen kannst du halt wechseln und die kannst du natürlich auch nochmal verbessern, was auch noch recht interessant ist. Also kannst du den Blaster ja hier nochmal pimpen im Plasma-Bereich. Hier habe ich jetzt noch einen Upgrade nicht freigeschaltet. Die kannst du ja in sich auch nochmal verbessern, zum Beispiel hier im Power-Bereich auch. Sehr, sehr coole Sache. Die Blaster-Upgrades Ionen hat einmal ein weiteres Upgrade. Echt interessant, aber am Endeffekt hast du nur den Blaster und mit dem bist du immer stuck und da hast du auch keine Alternativen. Selbst dann, wenn du eine neue Waffe aufnimmst und auf eine Leiter gehst, dann ist die auch weg. Ja, du kannst keine Leiter betreten mit einer Waffe von jemand Fremdem. Das muss immer, dann bist du quasi stuck und hast wieder nur deinen Blaster. Ja, so ist es. Übrigens hier noch ein wichtiger Hinweis. Beim Nachladen gibt es hier dieses perfekte Timing. Und wenn ihr das anhabt, dann ist das schon ganz praktisch. Das perfekte Timing, das bedeutet nämlich, dass die Waffe nicht mehr so schnell überhitzt. Und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer 9. Das Lockpicking-System und so weiter. Das ist alles nervig. Meiner Meinung nach Hacking auch nervig. Und hier gibt es eine coole Sache. Einstellungen, Spiel. Ja, dann könnt ihr hier anstellen. Sabak-Karten. Sind die besser zu sehen? Wird Sabak schneller gespielt? Ähm, musst du ein Minigame machen, wenn du schummeln willst beim Sabak. Das kannst du auch ausstellen. Hacking kannst du ausstellen. Dass das Beschwatzen erforderlich ist, kannst du ausstellen. Äh, den Straßen-Imbiss. Ja, auch ganz süß für Nix. Da gibt es nochmal ein Upgrade für Nix übrigens dann. Äh, tatsächlich auch. Kannst du auch ausmachen. Eingabeaufforderung für Nix. Auch die kannst du auch nochmal ausschalten. Das ist halt extrem crazy. Da musst du halt Nix nur noch wirklich einfach Q drücken. Und dann macht Nix irgendwas auf. Und du musst es nicht nochmal mehrmals bestätigen. Oder so zum Beispiel bei einem Alarm. Extrem praktisch. Und gerade auch nochmal das Upgrade für Nix ist sehr, sehr wichtig. Denn hier unten geht das Ganze. Da siehst du, ne? Hier diese Mahlzeit gibt ihm dann jetzt hier einen Buff. Das ist auch nochmal vielleicht wichtig zu wissen. Ja, aber kannst alles ausstellen, worauf du keinen Bock hast. Hacking-Minispiel fand ich nervig. Türe entriegeln fand ich nervig. Kannst du alles verändern, finde ich gut und wichtig. Weil nach dem 15. Mal irgendwann reicht es dann, ehrlicherweise. Also da muss es nicht mehr sein. Tipp Nummer 10. Fähigkeiten. Die sind extrem wichtig. Und wie funktioniert es in Outlaws? Du schaltest Experten frei. Die lernst du kennen. Und dann kannst du bei diesen Experten, hier fehlt noch einer zum Beispiel, kannst du dann Fähigkeiten freischalten. Und ihr seht es wie. Besiege Gegner, die unter dem Einfluss von Beschwatzen stehen mit dem Betäubungsschuss. Das musst du machen. Das ist jetzt nicht irgendeine Random Challenge. Das ist dein Skilltree. Und deswegen lohnt es sich hier wirklich auch nochmal genau zu lesen. Ich muss jetzt zum Beispiel nochmal mehr beschwatzen. Hier könnte ich jetzt zum Beispiel mir auf der Karte auch anzeigen lassen, wo ich hier jetzt eine Rauchwolke freischalten kann, die ja echt crazy sein kann. Oder eine neue Tasche. Da müsste ich jetzt noch hier Stoff eben sammeln für Stoff und Schnaps. Super cool. Und da ist hier dann nochmal die Voraussetzung hier zu einer Halunkentasche. Also gerne durchgucken und alles abarbeiten. Auf Karte anzeigen kannst du halt auch wirklich hier tracken und dann dahin gehen. Hier in dem Fall jetzt auf Toshara zum Beispiel müsste ich halt wieder zurückfliegen. Und dann könnte ich hier hin. Das geht aber. Ich kann halt hier auch intergalaktische Schnellreise machen. Also auch das ist halt möglich. Ihr seht es. Hier kann man rauszoomen. Flupp. Nochmal weiter rauszoomen. Und jetzt seht ihr hier A. Kijimi, Akiva, Toshal und Tatooine. Also sehr, sehr praktisch. Fähigkeiten essentiell wichtig. Und das ist mein nächstes Ding, was ich auch jetzt nochmal vollbringen will. Die aktuellen mir verfügbaren Fähigkeiten. Tipp Nummer 11. Die gelben Pfeile. Ja, Ubisoft ist natürlich mit Kantenmalern gut bemannt. Und auch hier in Star Wars Outlaws gibt es die wieder. Ihr seht, überall sind Pfeile. Da oben war der gelbe Pfeil. Hier unten sind Pfeile, wo du lang musst quasi. Also ja, das Spiel sagt dir eigentlich schon immer, wo es lang geht. Und das ist halt super praktisch. Du hast natürlich auch den Kompass. Es gibt eigentlich immer einen Hinweis. Und spätestens, wenn du es nicht weißt, irgendwann wird es so mäßig automatisch dir einen Tipp nochmal gegeben. Wenn du zu lange irgendwo rumstehst und nicht weiterkommst. Das Spiel gibt dir da auf jeden Fall Hilfestellung. Also wenn du irgendwann verzweifelt bist, stehe da einfach mal AFK rum und warte. Dann kommt ein Tipp vom Spiel. Oder guck halt eben im Zweifelsfall nach solchen kleinen Pfeilen, die dir dann das Leben erleichtern. Ja, so wie die Crimson Dawn hier mir das Leben erschweren. Die jagen mich ja wieder. Das hatte ich ja am Anfang bereits gesagt. Das mündet dann eben in solchen Events, dass die mich ja wirklich verfolgen. Aber zum Glück kann man hier die alle abschießen. Und zwar automatisiert chillig. Finde ich gut. So, ich bin jetzt übrigens auf Tatooine. Das ist aktuell natürlich großer Hype, weil Tatooine einfach cool ist. Alle lieben Tatooine, oder? Ich liebe übrigens diesen Autoshot Laser hier. Der ist schon echt recht strong. Und übrigens kannst du auch für den Blaster einstellen, dass das Spiel automatisch für dich immer diesen perfekten Reload-Punkt macht. Also das ist sehr inklusiv, das Spiel. Und wenn es einem zu schwer ist oder zu schwierig, kann man es halt einfach wirklich so anpassen, wie man möchte. Finde ich echt cool und fair. Ist halt nicht so das Souls-like-Ding. Das ist quasi ein großes Trophäe, das Spiel durchgespielt zu haben. Aber es ist halt cool, dass es alle dann schaffen können. Tipp Nummer 12. Du kannst nicht sofort überall hin. Hängt ein bisschen zusammen mit den Fähigkeiten, mit dem vorherigen Tipp. Und ich habe halt euch noch was auf Toshara zum Beispiel, was ich erledigen möchte. Heißt, da könnte ich dann auch nochmal reingehen. Hier so ein Schnellschussabzug, den ich halt gerne hätte. Und den kann ich mir hier besorgen, indem ich eine Tür springe. Aber dafür musste ich halt erstmal in der Story vorankommen und für meinen Blaster freischalten, dass ich so ein Explosiv-Ding habe. Handgranaten haben nämlich nicht geholfen. Ja, gut, das ergibt jetzt keinen Sinn, dass das hier dann hilft und die Granate nicht. Aber irgendwie vieles ist halt hinter so Loks verborgen und da kannst du dann zurückkehren. Erinnert mich so ein bisschen natürlich auch an Star Wars Jedi Survivor oder Fallen Order, wo du halt auch wirklich so richtig viele Querverstrebungen hattest. Mit neuer Fähigkeit konntest du dann auf einem anderen Planeten wieder woanders hin. Ganz so extrem ist es hier nicht. Du kannst schon dich sehr frei bewegen, aber es gibt halt immer noch einige verschlossene Sachen. Tipp Nummer 13. Ja, auch für den Speeder und das Schiff gibt es natürlich wieder Upgrades hier im Bereich der Fahrzeuge. Da gibt es einmal natürlich alternative Skins, aber auch Verbesserungen und das ist eigentlich auch ganz cool. Da gibt es entsprechende Händler für, wo du dann hin musst oder Mechaniker in dem Fall, die das dann für dich umsetzen. Zum Beispiel schneller sein, mehr Panzerung und so weiter. Das ist teilweise aber dann auch eben hinter Story Logs versteckt und die musst du dann freischalten. Und wenn du irgendwas quasi bereit hast zum Upgraden, dann kannst du das auch relativ schnell machen und siehst das recht schnell. Weil hier siehst du dann, was du brauchst und beim Händler kannst du dann auch teilweise sehen und sofort, okay, was brauche ich noch für das? Und beziehungsweise wenn er ein Material hat, zeigt dir der Händler automatisch an, dass du das noch brauchst für ein bestimmtes Upgrade. Also super chillig, sehr easy und übersichtlich gestaltet worden von Ubisoft hier. Und die Sonne wird gleich untergehen. Oh, sagen die Teletubbies jetzt auch wiedersehen. Das gucken wir uns noch an. Sonnenuntergang auf Tatooine ist natürlich ungeschlagen legendär. Den müssen wir noch einmal mitnehmen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was da passiert. Schauen wir mal, was wird es hier einmal. Oh yeah. Da ist es zu sehen und die gehen ja ganz schön schnell unter. Also müssen wir uns ja richtig beeilen, hier nochmal über den Horizont zu kommen. Ja, das ist einmal ein würdiger Abschluss für 13 Tipps, die euch hoffentlich weiterbringen in Star Wars Outlaws. Schönes Spiel, macht mir deutlich mehr Spaß als erhofft quasi, als gedacht auch und das ist cool. Also endlich mal wieder ein Spiel aus dem Hause Ubisoft, wo man auch nach einigen, einigen Stunden sagt, boah cool, ich habe Bock weiterzuspielen, freue mich auf die nächsten Parts, die mich da erwarten. Dieses Gefühl habe ich. Also richtig coole Sache. Ich freue mich, euch im nächsten Video zu sehen. Schaut gerne bei mir auf Instagram vorbei, falls noch nicht getan. Das ist unten verlinkt und gerne nochmal hier reingeschneit in das Review von Star Wars Outlaws. Ich nehme an, ihr habt es wahrscheinlich schon, aber vielleicht interessiert euch das trotzdem oder in jenes empfohlene Video. Vielen Dank fürs Dabeisein und ich sage danke, eure Schranke. Und natürlich hier gerne nochmal die Glocke aktivieren. Das wäre legendär. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.